So Jungs, ich wollte den Akinator. Ich glaube, ich muss das Erkleinens haben, wir haben 87 Millionen Leute gespielt. Und ihr müsst jetzt auch mitraten, an wen ich denke, sowas was. Ich muss eine Thematik wählen, Figur. Okay, ich rate einfach mit und ich antworte die Frage, mal gucken, ob der es schafft. Sobald er einmal was Falsches sagt, beendet ich halt das Video, weil ich muss sie darstellen machen, ja. Wo und deine Figur in Deutschland? Warum hängt das so? Nicht mehr. Naja, aber er hat in Deutschland gesagt, okay. Nein. Ist deine Figur ein deutscher YouTuber? Nein. Ja, auf jeden Fall. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Nicht wirklich. Hatte es dich wohl auch nicht. Reden zum Beispiel mit deiner Figur? Nein. Hat deine Figur etwas mit Politik zu tun? Ja. Ist deine Figur bereits tot? Ja. Ach. Weiß ich gar nicht. Okay, er hat einen guten Rhyme, hat er eigentlich wissen. Der Figur für ihren Bart. Ja. Der Bär, der, äh. Der Bundesrat für Deutschland. Nein. Ja. Ich weiß, ich weiß, ob ich schon Arthur Fettler gedacht habe, weil er prima nochmal gefunden hat. Arthur Fettler, Führer des Dritten Reiches Figur. Und Arthur, genau. 2,3 Millionen Mal gespielt. Letzte Mal am 31.01.20 Uhr. Steht's also genau jetzt, aber. Okay, Arthur, ist denn sie mir in der Influencer? Ah, in der Tiefsor. Also, ich würde sagen, ich gucke mal, ob es irgendwie eine Desktop-Version gibt, weil die Version hängt hier voll, aber. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sind vom nächsten Mal wieder. Es ist eine sehr kurze Folge, aber was soll ich machen? Ciao. Ciao.